Jansky, vor einer Stunde. Das geht vier Minuten, das Jansky-Video. Okay. Das ist Niklas Huben, heißt das Video. Okay, das gucken wir uns jetzt an. Was hat Niklas Huben schon wieder angestellt? Niklas, mein kleiner Sonnenschein, was hat Jansky mit dir gemacht? Das ist Niklas Huben. Übler, ähm, Niklas Herbert. Niklas, I got a question for you. Pronounce your last name for me. Huben. Mhm. Okay. Das ist noch Niklas, seine Lieblingsstrecke. Paul Ricard. Easy. Junge, Hendrik, fährst du hier langsam. Ja. Ach, Leute, wirklich. Oh. Ach, Digga. Das hat tatsächlich nicht gewollt. Halt, bloß vorsichtig. Ja, das gibt eine Penalty. Eieiei. Junge, wo bremst der denn? Sag jetzt. Tschüss. Tschüss. Der hat tatsächlich mal nicht gedreht. War selber überrascht. Ach, Luke, Mann. Was soll der Scheiß denn? Und der hängt schon wieder fast in der Hand. Ey, was macht ihr hier denn, Mann? Mann, Jungs, gib Gas. Ich finde das immer so geil, wenn man das selber macht, dann regt man sich irgendwie nicht so doll auf, aber wenn es mit einem selber passiert, dann regt man sich immer übel auf. Boi. Boi. Hör dich, wie kann man so ein Vollvogel sein? Ey. Hör dich. Wie kann man so f*** sein, Mann? Oh. Ruhige dich. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, das ging sehr grundlos auf jeden Fall. Huch. Ah. Walsch, WB drin. Und TZOF drin. Wir rollen auf den Mustangs gespannt. Und wir haben ja nur Mustangs und Fortum und so rum. Haja, man kann ja allibmäßigerweise mal den Scheibenwischer anmachen, ne? Und f***st auch bestimmt. Alter, der hat mich ja richtig abgeholt. Man könnte ja mal einen Scheibenwischer anmachen und du siehst halt, dass nichts... Ha, 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 ha. Oh, Niklas, so aus der Kalten, Alter. Oh, das ist mein absoluter Favorit. Drum und so rum. Na ja, man kann ja allibmäßigerweise mal den Scheibenwischer anmachen, ne? Oh, Niklas, Alter, der hat mich richtig gekillt. Oh, come on. Du fährst aber bestimmt nicht an die Box, oder? Cool, ja. Das war ver-ver-ha, verdammt wild, Alter. Hä? Hau durch die Zündung aus. Ich. Ihr müsst jetzt mal daran denken, dieser Mensch, der hat S.A.O. gewonnen. Mit Einhorn-E-Sports. Perfekt, komm ich nicht mehr so schnell in mir unten, sorry. Ah, f***. Ich habe mich eingeschissen. Also einmal am Tag, einmal in der Nacht, einmal in der Nacht im Dunkeln. Ich hab's nicht gesehen, als er rausgekommen ist, aber hinten war nass. Nach vorne kam gar nix, tatsächlich. Pfff. 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 Das tut weh. Das ist wirklich absoluter Schlappschwanz. Da war auf einmal Alan in meinem Hintern. Tastatur. Hallo, Tastatur. Pfff. Alter Verwalder. Alter. Ari Hanz ich glaube ich habe wieder was für das Fotoalbum. Herr H-Ohowej. Oh. Der Schaffbarzeit hier noch an 102 den selben Shoot. Oh. Oh kaldolin, lass heute mal. Haha, Jansky, Alter, so geil. Boah, Jansky. Können wir von mir aus machen, wenn wir SAO komplett gewinnen. Also die ganze Serie. Aber vorher auf keinen Fall. Warte mal. Boah, das ist aber ein guter Rasierer von Braun. Sind die vor Ort gefahren? Sind die das letzte Rennen vor Ort gefahren? Ei, 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 ei. Oder ist jetzt Tobias extra hingefahren? Ich soll mal sagen, wo ist der Glatze? Der Gliesis. Der Gliesis. Dann müssen wir streamen. Lass doch gucken. Bei 100 Subs mache ich mir auch eine. Er hat gesagt, bei 100 Subs schneide ich auch eine Glatze. Ne, Ding Dong. Oh, Baby, da sind die ersten fünf. Hier haben wir auch schon fünf Träumchen. Also nur noch 90. Ja, äh, danke für die ganze Zeit. Oh, wieso? Oh, davon hätte ich gerne gewusst. Haha, das hätte ich sogar noch aufgefüllt. Das hätte ich doch aufgefüllt. Wie kann das denn so schnell gehen, Alter? Das ist doch nicht normal. Gilles und Chiro. Mensch, Kuss. Ja, mal 10. 50 Kinder. Mensch, lass uns mein Bestes rein. Nochmal 10. Da geht der Ratzfatz hier. Nochmal 10. DJ, vielen, vielen Dank für 10. Oh, nochmal 5. Boah, sag mir bitte, das wird voll. Mensch, der Rekomi, vielen, vielen Dank für 5. Matze, vielen, vielen Dank für Leitzab. Noch 24. Ah, da kommen direkt die nächsten reingeschallert. Mensch. Hasimir, vielen, vielen Dank für 5. Noch 19, Jungs. Apropos. Pausher. Vielen, vielen Dank für 7. Oh, Matze, auch nochmal 5. Sagen wir, dass das voll wird. Oh, irgendwie noch 7. Ja, Jungs, ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Jungs, wenn ich euch eins mitgeben darf aus vielen, vielen Jahren des Content-Creator-Daseins, unterschätze niemals den Chat. Niemals. Ich finde das schön, dass Tobias Gronewald in D ist und 4.300 I-Rating hat. What the fuck, Alter? 4.300 I-Rating auf D. Jo, grüß dich da erstmal. Wir sind über 100. Ja? Ja, tatsächlich. Ja. Wie gesagt wurde. Mach's auch. Aber nicht heute. Nein, SimExpo. Ich habe eben zu Jansky gesagt, SimExpo-Win. Okay. Tobias Gronewald, Junge. Den brauchen wir nochmal im Podcast irgendwann. Ah, fantastisch. Mann ist das naiv, da reinzugehen und zu sagen, boah, 100 Zaps und ich schneide mir eine Glatze. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr naiv. Naja. Dramatische Doku gerade erst gesehen mit, oh, wir wollen Williams schlagen. Und dann kommen sie und schlagen Williams, Junge. Geiles Video. Das hat mir wirklich gefallen. Dramatische Doku gerade erst gesehen mit, oh, wir wollen ja, 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 Vielen Dank.